so jetzt habe ich glaube die kiste ausgelassen hatte wisst ihr weil ihr wisst wie viel mit wie viel scheiße wir eigentlich nach hause kommen auf gut deutsch gesagt ist ja unglaublich halt hier war ich schon wollte ich bin jetzt da wunderspringen achter ich gehe erst mal hierhin jetzt komme ich dahin um aber was mir was mir wirklich ein rätsel bleibt wo es die ganzen vier hinsen von denen ich geflüchtet bin da geht es schon mal einer es stimmt was so da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin aber wo war ich denn hier ja ich glaube ich war hier ich glaube ich war hier da sehe ich schon wieder so ein scheiß tübi piste ich da spawnt jetzt einer das war mir klar oa 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 schon wieder eine alter die machen ja übel schaden seh alter okay ama a ls oa Guck, genau jetzt ist die Frage, wo sind die hin? Da unten sind welche. Das ist doch scheiße. Da ist nochmal einer. Da kommt jetzt einer. Ja, komm. Komm. Ja. So. Einfach mal fertig gemacht. Ich sehe das jetzt auch wieder einer. Von! Von unten, warum? Alter, unfair. Alter, wie hat er gerade um die Ecke geschossen? Essen, 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 Essen. Brauche ich nicht. Cool, ich webe in Luft. Ich gehe, glaube ich, erstmal... Und wie lang geht es bloß ein Walker, das ist ein einfach. Okay. Da kommt der schon um die Ecke. Alter, Alter, Alter. Weg, 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 weg. Das ist ein Healer. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Nein! Nein! ich Achtung nur schilder das heißt er jetzt eigentlich nie irgendwie in die engen getrieben werden von irgendwelchen von diesen drecksviechern da und ja ich fliege jetzt einfach mal dahin das sind ganz viele spawner weil wir haben ja eh so viele elektrische sensen zu bekommen jetzt muss ich gucken wo ich gestorben bin hier nein hier nicht sondern um hier ok anziehen 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 und dass man kommt noch alles da ist na sieht gut aus leitblut er war noch leer das war alles da drüben also was mir irgendwie auffällt wenn man stirbt ähm 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 dann pass auf das muss ich überlegen dann dann sind diese leute irgendwie weg ich weiß aber nicht warum so auch gut man weiß man weiß nicht warum sie wechseln so gut so einfach rausfliegen dann hoffe ich einfach mal dass hier nicht mehr so viel ist ok von hier kam sie von da haben wir nur noch 28 Level na gut so kann es gehen oh man der wird so irgendwelche scheißgranaten da das lohnen ist h 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 heilen h h h h schweiß h h okay das ist so gut wie dauernd klein die dahinten sehe ich noch ganz viele ist jetzt aber walker was ist das ist ein archer ich muss es sehen der ist auch ein walker oh Gott was das alles Bogenschütze das nicht Ali macht den Traumschaden geh mir weg geh mir weg Alter die machen so viel Schaden mit ihren scheiß Holzschwellen ah ne die haben Steinschwellen was ist das Underconstruction da steht da steht ein Kolben warum steht da ein Kolben Alter ich hab so Schiss Schiss was denn dat fancy lamp was zum hink ja best als ist